Heute haben wir eine neue Maison-Berger-Lieferung bekommen. Gleich auch noch mit einem neuen Regal. Ein schönes neues Muttertag-Set mit dem neuen Duft Angelique. Zum Preis von 45 Euro. Ganz eine schöne Farbe. Viele neue Flakons, unter anderem auch endlich welche mit goldener Krone. Schön auch die schwarze und einige neue Sets mit Duft gleich noch dazu. Und die Düfte sind auch alle aufgefüllt. Kommt vorbei.